Ich hatte vorhin drei und jetzt noch eins. Nein, sei dankbar. Sind hier Kupfer? Fünf Kupfer noch. Krass. Oh oh. Was? Hast du angegriffen? Sprich mit uns. Ja. Oh scheiße, oh shit. Oh Kenny. Ja, ohne Witz, Kanonen und unser Schiff ist gleich kaputt. Soll ich uns porten? Äh, wenn du dich jetzt portest, wirst du weggeblisst am Spawn. Warum bist du noch nicht tot? Weil ich ausgestiegen bin aus dem Schiff. Ähm, kannst du noch irgendwann unsere Vorräte retten? Ne. Sind nicht viele drin in den Kisten. Nein. Irgendwie war das komisch, es hat einmal geschossen, gegen die Wand von dem komischen Kreis. Und du lebst doch noch, stell dir einen neuen Spawnstein da auf, wo du jetzt bist, damit du zumindest respawnen kannst. Dann kannst du ja in die Kanone ablenken oder sowas, keine Ahnung. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht dein machen. Ne, lieber nicht. Wie? Also steht unser Spawnstein noch oder nicht? Ne, ich glaub nicht. Ne, das steht nicht mehr. Ne, das steht nicht mehr. Oh Mann. Fängt ja gut an mit uns. Oh Scheiße. Ich komm nicht mehr ran ans Schiff. Ist eh nichts mehr drin, oder jetzt? Unsere ganzen Antriebe, Mann. Ja, doch alles, was in der Truhe drin ist. Ist weg. Zum Glück hab ich nichts reingelegt. Aber meine Kanone, äh, meine, meine, meine... Mein Gewehr, jetzt hab ich keins. Oh Mann. Alter, das ist doch abnormal. Was ist denn da vorne los? Wo? Richtung Süden. Das ist so Rauch irgendwie. Das ist bestimmt, bin bestimmt ich. Alter. Ne, das ist bei so Sanddingern, ich weiß nicht. Achso. Ja, dahinter wohl. Hast du das auch? Hast du es gesehen? Ich bin ja an den Sanddingern vorbeigeflogen und dahinter... Ich hab so'n, so'ne Rauchwolke grad gesehen halt. Ja, da hinten raucht's. Ich glaub, das sind, das sind... Ey, ich kann nicht mal unsere Sachen einsammeln. Ich lauf hin und bin instant tot. Hm. Keine Möglichkeit, die irgendwie zu zerstören? Ich weiß nicht mal, wo die steht. Musst du ja erst mal finden, ne? Aber dein Spawnstein ist sicher, wo du bist. Ja. Okay. Zumindest denk ich das, außer die bombt sich grad da durch, bis zum Spawnstein. Versuch, aus der Range zu laufen. Ah, ich seh'se. Die steht auf der Kugelding gegenüber auf dem Dach. Hau so um, Mann. Ja, wie denn? Das steht auf dem anderen. Zwei Stück stehen da gegenüber. Zwei? Und da ist ein Schiff drin. Hm. Hm. Du hast aber keine Chance, da ranzukommen. Doch, wir gehen da schon hin. Obwohl, ich hab ne Idee. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich die umsetzen kann. Sprich. Na, ich hab überlegt. Hm. Ich hab überlegt, weil die oben auf dem Dach stehen, baue ich mich von unten ran. Ja, mach doch. Die schießen auch nach unten, oder? Ja, aber die schießen nicht nach unten, weil die direkt auf dem Dach stehen. Das heißt, wenn die nach unten schießen würden, würden die den Boden treffen und sich selber hochjagen. Fuck. Ergo? Nein. Aber dafür muss ich erstmal bis rüber kommen. Das heißt, ich muss jetzt eine Brücke bauen, bis da rüber. Hm. Und wir brauchen hier erstmal einen Schiff, oder? Ich hab noch einen Energy. Ach so, ihr. Müsste ich haben. Warte. Kann da irgendwas da. Also ich hab jetzt auch noch einen gemacht, aber... Geht ihr lieber irgendwo anders hin. Ich versuch das zu regeln, und wenn's nix wird, ist's egal. Nix, hallo? Da steht ein Schiff von irgendwem. Kann doch nicht denken, dass er jetzt hier geschützt ist, wenn er da so ein paar Türme aufstellt. Mhm. Aha. Die Melli wieder. Es muss Rache geübt werden. Ich hab jetzt mal Spawn. Crap. Scheiße, ich hab nur noch einen Spawnpunkt. Dann warte. Ne, ne, ich versuch das jetzt. Warte doch, sonst stehst du am Spawn. Ha! Jawohl. Nein, ich hab doch einen neuen gesetzt, der safe ist. Ich brauch jetzt nur genug Steine, um eine Brücke bis rüber zu bauen. Ne, ne. Die schießen hier unten. Also jetzt bin ich jetzt bei dem gegenüber im Boden, und dort schießen sie nicht hin. So, wie baue ich jetzt am dümmsten hier ganz viel schnell ab? Soll ich mit drauf? Ja, oder? Ach, ich würde an eurer Stelle nicht hierher kommen. Ich glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir gehen erstmal in die Richtung. Da sind ja so Sandinseln dazwischen. Vielleicht sehen wir aus der Range auch schon mal irgendwas. Also bei mir hat das auch erst geladen. Ich bin in die Kugel reingeflogen, und bin ja dann schon ausgestiegen, und das Schiff ist noch ein kleines Stückchen weiter geschippert, und dann puf, puf, puf. Hm, zum Glück hab ich noch einen Spornstein hier. Willst du dieses Endkit da noch mitnehmen? Ich weiß nicht, ob du schon eins hast. Mein Inventar ist voll. Direkt unterm Schiff, rechts unten. Ich nehm jetzt mal mit. Ich hab zwar schon eins, aber alles wird mitkommen. Zum Glück ist hier Glas. Glas geht schnell kaputt. Fliegt auf alle Fälle unten. Fliegt unten. Immer unten bleiben. Muss ich fahren? Fliegt. Wartet, ich sag euch gleich die Koordinaten. Ich weiß nicht, ob die Richtung ist erstmal, aber wir fahren erstmal da lang. Wenn ihr unten lang fliegt, können euch die Kanonen nix. Ihr müsst. Ihr müsst. nach 14,6,5 maximal bis minus 2 hoch 2,6,2,0 Ich steh hier auf der Ebene Ich steh hier auf der Ebene und die Dinger können mich nicht treffen. Weil die oben auf dem Dach draufstehen und und ich halt und die sich halt selber treffen. Das ist in eine andere Richtung hier. Aber hier hat es geraucht. Wie schleichen... Wie schleichen wir? Wer ist denn jetzt weg? War nicht. Meli wieder. Da muss ich wieder so komisch über den Rand bauen. Ey, das ist doch ätzend. Hm? Die ein Disconnect? Ja, ja. Oh. Hallo, 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 hallo. Nö, in-game nicht. Es ist gerade ganz rauschig und komisch, aber es geht wieder. Hat sich wieder gefangen. Dennis rauscht total. Wie immer. Ich? Ja. Du rauscht immer. Ja, du rauscht immer. Hm, ja, das ist so ein bisschen wie mit Kennings Handy, nur dass du rauscht. Komplett, die ganze Zeit. Oh, Mann. So. Wo kam denn der Rauch hierher? Hier war doch was. Nein. Ich sehe nichts. Ah. Wie baue ich denn da am besten so eine scheiß Brücke, ey? Und das möglichst schnell, wenn ich nicht schleichen kann. Du hast doch mal gesagt, das geht, wie bei Minecraft. Ja, mit Shift halt, klar. Aber das hat keine Animation. Es ist ja nur, dass man nicht runterfällt. Achso, ja, sag das doch. Ich glaube, hier ist nichts. Irgendwie. Ich kann aber dann nichts ranbauen, irgendwie. Außerdem, wir fahren weiter in die Richtung von der Sandinsel dahinter uns. Ah, ich glaube, wir sollten da lang. 16, nee, wir ist 14 und 26. Fahr mal zu dieser Mini-Sandinsel dahinter uns. Siehst du die mit dem Baum? Hm. Hä? Meinst du, die ist verdächtig? Ich weiß nicht, irgendwie schon. Wahrscheinlich auch nicht, also keine Ahnung. Was war denn das jetzt? Was denn? Mich hat es jetzt irgendwie gebeamt. Wohin? Irgendwo anders hin. Hä? Du wirst so wahnsinnig präzise in deinem Raum. Ja, nein, ich baue hier die Brücke und plötzlich stehe ich in dem Würfel, also in der Kugel, in der ich drinne bin, plötzlich stehe ich in der obersten Etage oben. Hier ist nur eine Insel. Ich kann ja keine Brücken bauen. So weiter weg kann es ja nicht gewesen sein. Ja, nein, ich fahre wieder zurück. Ja. Aber komisch, wie ich heute hier herkomme. Vielleicht hat auch jemand aus Spaß einfach den Kanonen abgefeuert. Nein. Ach so. Was ein. Wieso kann ich denn jetzt hier nichts mehr bauen? Nein. Vlog doch mal. Nee, woanders kann ich was hinbauen. Nur an die Brücke ran, nix. Hm. Hä? Zu ein. Was genau war schon noch da auf dem anderen? Käse, naja. Das hat es komplett zerbombt. Da ist nix mehr. Und auf Kurs, ehrlich gesagt. Keine mehr. Hm. Wie waren deine Koordinaten, Kenny? Warte. Ja, aber ganz unten müsste halt bleiben. So weit wie möglich unten. Ja. Verdächtig, verdächtig hier. Was ist verdächtig? Hans. Es ist zu ruhig. Wie kann man Spawnsteine herstellen? Gar nicht, ne? Doch. Wie denn? Burnout Kors und Zehen Steinen oder so war das, ja. Ich bin in dem Würfel von dem... Nein. Wie denn Crushed? Äh... Ach, Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf freiem Feld geflogen. Crushed. Das Burnout Kornstein oder was? Normale Steine. Ich bin in der Kugel drin, die 14, 9, 1 und 26, 3, 2, 3 ist. Und die Nachbarkugel hat die Turrets drauf. Und ich kann schon wieder nichts machen. Wieso kann ich die scheiß Workbench nicht verwenden? Mein Gott, ey, das ist so ätzend. Ja? Mmh. Wir versuchen hier zu. Vielen Dank. Dann kam das vielleicht doch hier nie irgendwo. Nach dem Maisfeld dann? Oder was? Ja. Ist ja noch ein Stück weg. Nein. Das ist nicht. Ja. Okay. Das ist echt so mies mit diesen Scheiß-Drecks-Kanonen. Die sind ein bisschen okay wirklich. Aber die bringen auch trotzdem auf der anderen Seite doch nicht so viel wie jemand. Ne? Irgendwie? Ich weiß nicht. Wieso? Die haben gerade alles was mit... ... zur Verteidigung benutzen von der Basis, weil die halt auch eigene Sachen kaputt machen können. Man muss es halt nur richtig anstellen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Diese Dinger da halt. Nee. Er meinte auch, er hätte die nur ins Spiel gebracht, weil die Leute sich ständig gewollt hätten, dass irgendwas zur Verteidigung ins Spiel reinkommt. Aber ich glaube, das ist einfach trotzdem keine Lösung so richtig. Ich glaube, die dort Dinger da bringen auch nicht viel. Nee, brauchst du Glas. Oder Eis oder so. Nix. Na gut. So, also ich bin jetzt auf dem Seite einer Insel. Mein Schiff steht jetzt hier. Ich habe meinen Spawnpunkt jetzt hier sitzen. Auf meinem Schiff. Und das wird nicht angegriffen. Und ich versuche mich jetzt nach oben durchzu... äh nach oben zu arbeiten. So. So. Nein, die Mühe sind ja langsam. So eine Etage höher bin ich schon mal. Jetzt muss ich noch eine zweite Etage höher. Dann bin ich an seinem Schiff. Genau, da was wertvoll ist drin ist. Also zumindest kriegt man zwei Turrets, wenn es klappt. Ja, er meinte, dass, äh die Turrets... Jetzt gehen die ja noch so, dass die dann später noch irgendeine Art Treibstoff brauchen, oder Amor halt. Oh, das wäre gut. Das sind ein bisschen OP, die Dinger Ja, wenn die genervt sind Ich glaube, selbst der Auf 30 Block-Schaden runter Ist noch nicht genug Also da hat mich jetzt, wie gesagt, das waren zwei Stück Ich war zwei Schüssen tot, also jeweils Zweifel Die schießen die oberen, ne? Hm, was? Ich schieße beide Ja, die schießen garantiert auf Fahrt ja nicht weiter ran Bleibt, wo ihr seid Wenn ihr die schon seht Bleibt in der Kugel gegenüber Und geht nicht an den Rand ran, vor allem nicht zu weit oben Ich weiß, dass die schießen Aber die treffen mich nicht Weil die auf den Boden schießen Direkt vor sich, oder? Ja, die schießen alle drei nach unten Genau, und ich muss jetzt einfach nur den Punkt finden Wo die sind und dann von unten jede einzelne abbauen Wenn das geht Also das klappt so richtig Wir können ja derweil Kupfer abbauen Hier auf der Insel Wo stehen die denn? Wo stehen die denn? Oder meinst du, man kann die irgendwie ablenken oder so? Ne, dann machen die dich tot Ja, naja Aber nicht dich Oder den zweiten dann Ich weiß nicht, ob man die vielleicht auch ins Grube machen sollte Nicht alleine Wo stehen die? Ihr seht ja die Kanonen Und ihr seht das Schiff Ich seh sie grad gar nicht Ich hab nur gesehen, als das Zeug geladen hat Die eine ist auf jeden Fall oben drauf Das hab ich gesehen Eine ist halt Richtung Da ist die Die andere ist noch irgendwo davor gewesen Oder ein bisschen niedriger Ist noch eine Richtung Westen Also von der aus auf dem Dach oben Und die dritte war links davon Von unten Also südliche Richtung Ah, ist schwer zu beschreiben, ne? Die sind aber alle drei da oben Eine seh ich Eine seh ich Hast du ein Fernrohr, ne? Na, wo schießen die auch hier rüber? Wenn du an den Rand von der Kugel rangehst Spätestens ab der Hälfte von der Kugel Das ist echt Ich taste mich jetzt Schritt für Schritt vorwärts Wir können von hier drüben ja nichts machen Ne, ne Könnt ihr auch nicht Ich will nur schauen Ich muss hier in Deckung bleiben Ah, da ist eine Ah, ich seh dich Oh, shit Die eine ist direkt über dir Oh, shit Vorsicht Ja, ich weiß, dass die eine direkt über mir war Genau Steht beide oben auf dem Rand von dem Ring Ah, jetzt bist du da unten Okay Gegenüber und die andere ist Du weißt, wo beide sind mittlerweile Ich weiß Nein, ich weiß Wo Die treffen dich da noch Was? Die treffen dich da noch Ne, hier nicht Vorsicht, pass auf den Schiff auf Und dein Spawning, ne? Die zielen auf jeden Fall schon Die ganze Zeit Ja, aber die sind auch Die dürfen dich nicht rumfahren mit dem Spawn Ja, würde ich jetzt auch nicht machen Entweder abbauen oder Irgendwas anderes Na gut Tja, ich weiß halt nicht Wie ich rankommen soll An die scheiß Dinger, ne? Also ich weiß nicht Von wo die eine jetzt geschossen hat Ich weiß, dass ich unter der einen War ich drunter Aber von wo die andere geschossen hat Das war von genau gegenüber, oder? Hast du die einen zerstört, oder was? Ne Hast du wenigstens angehauen gekriegt, oder so? Nein, ich war ja fast dran Ich weiß, dass ich drunter stand Weil ich die von der gegenüberliegenden Seite gesehen hatte Aber ich hab's, äh Ah ja, you know Die andere hat mich halt zu schnell getötet Ich glaub, ich Probier mal was aus Ah, passt echt auf dein Spawnständer Ja, dort dürften die nicht rankommen Weil da müssten sie durch Also senkrecht durch zwei Decken durchschießen Und senkrecht nach unten schießen sie nicht Die schießen nur schräg Weil die halt abgedeckt sind Dadurch, dass die sich dann Soll selber treffen wird Nur wenn die gerade nach unten schießen Oh Gott Ich hab echt Angst Ich weiß nicht, ob du die zweite abbauen kannst Also ich mein, es ist ja immer noch eine andere da Die dann auf dich zielen kann Das ist halt das Problem, ne? Der ganzen Geschichte Das sind glaub ich sogar drei, oder? Hattest du nie gesagt, da sind drei? Wir haben drei Also ich hab drei gesehen Durch die Wand durch Da schießt eine gerade auf mich jetzt Ah, siehst du? Achtung, Achtung, Achtung Ja, ich müsste jetzt zu nah dran sein Für die eine dort Du bist gleich direkt vor der Ja, ich weiß Ich steh direkt vor der Die ist, ich bin auch zu nah dran für die Achso Jetzt kannst du mit mir schießen Ach, okay Eine hat er jetzt Das ist schon mal gut Eine hab ich jetzt, jawohl Die andere schießt jetzt komplett auf dich Ja, ich weiß Wo ist die dritte? Ich seh die auch nicht Da ist noch eine dritte? Ich weiß nicht Sind zwei oder drei? Ich hab' Keine Ahnung Jetzt schießt ihr wohl mit Kanonen dort, oder was? Ja, von oben irgendwo Nein, bleib, bleib bloß weg Seid ihr das? Nein Ja, doch Ich hab geschossen Echt Fahr bloß nicht näher ran, ey Näher wollte ich auch nicht ran Oh Ich weiß nicht, wo die Karte ist Auf jeden Fall haben drei geschossen auf dich Ich baue hier mal fröhlich meinen Kupfer ab Ha Und die zweite Sehr gut Ich hätt gedacht, dass man da wenigstens in die Nähe kommt mit den Kanonen nochmal Wow, wow Wo ist die letzte? Wo ist die letzte? Die war weiter unten, ich glaub ich Also es waren zwei, die waren so weit oben und die dritte war ein Stück niedriger Warte, ich guck mal auf das Schiff wieder zurück Die waren das, also Ach so Okay Oh shit Okay Hä? Wo sind die letzte? Bin ich blind, tut oder was? Ich weiß es nicht, bin ich blind? Von wo schießt die denn? Schießt die? Im Moment passiert nix, ne Dann lauf halt ein bisschen rum Obst du irgendwas findest Also ich weiß nicht, ich kann nicht sicher sein, dass du also Jetzt schießt was Wartet mal, es ist Post Wir waren meiner Meinung nach in derselben Höhe wie die aller Post, Post, bin gleich rüttter Was hast du denn gesagt? Post 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 So, ich bin wieder da. Willkommen zurück. So, wo ist denn die jetzt? Die trifft mich, wenn ich hier bin. Also wenn ich hier dahinter laufe. Ah, links irgendwo. Aber wo? Die ist noch, also die ist... Die ist tiefer als die anderen. Die muss viel tiefer sein. Ist die vorne dran oder wo ist denn die? Ich gehe mal von der anderen Seite. Vielleicht ist die... Auf dem Schiff? Nee, nee, auf dem Schiff kannst du die nicht platzieren. Okay. Ihr seht die nicht von dort oder was? Nee, die ist auf der anderen Seite von der Kugel. Ich habe nur den Rauch gesehen. Aber dann würde die ja... Ah, ich sehe sie. Aber wie kommt... Ganz schön mies mit den drei Dingern da. Das sind vier. Die Leute lassen ihre Schiffe offen nachsehen. Das sind vier. Die denken, die Kanonen heißen. Und da kann man sich das Zeug ja trotzdem holen, wie es aussieht. Vielleicht darf... Kanonen haben wir ja schon. Eine ist noch. Glaube ich. Du hast jetzt drei. Ich habe jetzt drei. Da ist noch eine. Und ich habe sie. Sehr gut. Können wir uns hinfahren? Gleich. Moment, 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 Moment. Ich muss erst noch abbauen. Das war voll mies. Die hat man nicht gesehen. Die hat genau durch so eine Lücke zwischen zwei Steinen durchgeschossen. So. Also ich hüpfe jetzt hier so rum. Ich fahre mal mit meinem Kacknub-Schiff da lang. Und wenn sie mich da nicht erwischt, dann... Also wenn da mich nichts erwischt, könnt ihr ja mit eurem noch kommen. Hm. Aber das hat sich jetzt echt gelohnt. Direkt mal vier Kanonen eingesammelt und... Ähm, auch wenn wir das ganze Zeug... Allein sind ja 80, guck mal schon. Hm. Und dann das Schiff, was da unten steht... Das ganze Zeug verloren haben da. Das ist... Das ist eher unwichtig. Oh nein, da ist noch irgendwo eine. Ich habe nur einen Knall gehört. Ja, ja. Mein Spawnstein steht noch. Wo ist denn da jetzt noch eine? Hä? Hä? Ich bin jetzt so ein bisschen versteckt. Wahrscheinlich. Na super, jetzt ist aber mein Spawnstein gleich hinüber. Oh. Hast du noch einen? Nee, ich habe keinen mehr. Ich springe auf die Insel runter. Ich baue dir einen neuen. Ich glaube, ich komme da ran, um den abzubauen. Kannst du an das Schiff ran? Ich würde jetzt nicht einsteigen. Sonst geht das zu. Schießst du irgendeiner Kanone und das Schiff noch dann. Hm. Ich baue noch den Antrieb ab. Moment. Wo baue ich denn jetzt am besten mal einen Spawnstein hin? Ich baue den jetzt hier. Ich baue den auf die gegenüberliegende Seite. Ich baue den innen rein jetzt. Hast du SPS? Da vorne habe ich drei hingestellt. Da habe ich keinen Platz mehr. Ja. Ähm, ja, ich habe zwar einige, aber... Was heißt die da vorne? Rechts vom Schiff. An der Wand unten. Oh, habe ich jetzt meinen Spawnstein da. So. Siehst du die? Nee, irgendwie nicht. Jetzt frage ich mich aber ganz ernsthaft, wo da die letzte Kanone ist. Wenn die mich dort getroffen hat, dann hat die... Entweder hier irgendwo durchgeschossen, aber dann müsste die mich ja hier auch sehen. Ich habe irgendwie nur drei aufgesammelt. Wieso habe ich nur drei aufgesammelt? Habe ich eine nicht ganz kaputt gemacht? Was hast du denn gemacht jetzt? Hier ist noch eine. LOL. Recht weit unten an dem Gerät ist noch eine, ja? An der ganzen Kugel, oder was? Hm. Da fast... Ich habe wahrscheinlich echt gedacht. Fast auf der Hälfte unten. Mit fünf von den Dingen sind sie sicher. Sind sie jetzt fünf gewesen, oder was? Ja, irgendwie habe ich aber nur vier eingesammelt. Ich gucke gerade mal noch ringsrum, ob ich noch irgendwo welche finde. Das Einsammeln ist Buggy, glaube ich. Wir haben ja auch eine verloren, als wir da mit in den rumgespielt haben. Ah, kann gut sein. Tuch. Tja, ist trotzdem risky, ne? Warum mit dem großen Weg zu fahren? No risk, no fun? Nein, wenn ihr hierher kommt. Warum? Von der Seite aus sollte bestimmt nichts passieren. Ich weiß es nicht. In der Richtung. Ich weiß es halt nicht. Ist schwer zu sagen. Wartet mal kurz. Und wenn, dann verlieren wir eigentlich nichts. Ja, wenn ihr außer ihr kommt zum Spawnpunkt zurück. Ja, gut. Ich habe noch einen Spawnpunkt, äh Spawnstein im Inventar. Und das wichtigste Zeug habe ich auch noch im Inventar. Kann man dann vielleicht schnell noch setzen, wenn man sieht, dass ein schossen wird. Ein komisches Schiff hier. Aber auf alle Fälle ist da ordentlich Kanonen und Stahl dran. Und Marsgeneratoren. Und dann können wir fahren rüber. Ja. Ja, versucht es mal.